Ich grüße euch Freunde des Antitos und willkommen zurück zu Dead by Daylight. Heute bin ich mit Tinnett unterwegs und wie ihr schon sehen könnt, habe ich mir auch mal den Legendary Skin von ihm gegönnt. Außerdem spiele ich mit Foltersäule und dem pinken Würfel-Addon, weil ich das schon bei vielen anderen YouTubern gesehen habe. Das ist wohl eine sehr starke Kombination und die wollte ich mal selber ausprobieren. So, wir spielen auf dem Behandlungsbereich und... Zack, das könnte interessant werden für meine Kettenfähigkeit. Da hat schon jemand den Würfel, da gehe ich jetzt nicht nach, weil ich gehe für den Down hier. Ah, in der Tat. Okay, nice. Ah, ich habe halt... Ah, das ist halt dieser... Äh, Pinnett hat ja zur Zeit diesen Lunchback, habe ich ja schon von berichtet und... Ich habe quasi keinen Sprungangriff in den meisten Situationen. Machen wir kaputt. Was halt ein bisschen nervig ist, weil sonst hätte ich die in der Palette da saved bekommen. Okay, da ist... Oh, das ist noch anders. Hallo! Nehmen wir den Bill. So, da rennt er. Ja, die werden wahrscheinlich von Palette zu Palette laufen. Ah, die Palette ist nicht sehr safe hier. So, erster Gen. Zack, gegrabbelt. Oh, er wickelt gar nicht. Dann kommt er hier an meinen Geißelhaken. So, bitteschön. Und Barbecue sagt mir, da hinten sind... Leute, da sind drei Leute am... Drei Leute am Gen. Einer macht ein Totem, glaube ich. Ah! Ah, der ist eh fertig geworden jetzt. Ah, moin, Felix. Was geht? Erwischt. Erwischt! Und eine Kettenjagd läuft. Sehr schön. Oh, so viele Ketten. Ah, die kommt trotzdem weg, ne? Die kommt halt trotzdem weg. Ah, das hat sie gut gemacht. Da kommst du nicht weg. So. Zack. Und einmal mitkommen, bitte, Katie. Bille ist schon in Stufe 2. Jetzt wird er gerettet. Was sagt Barbecue? Das sagt mir gerade gar nichts. Äh, was macht das pink Add-on, fragt ihr euch? Das pink Add-on macht, dass die Leute meinen Würfel... ...erst sehen können, wenn sie in 16 Meter Reichweite zu ihm sind. Ansonsten sehen sie ihn nicht. Normalerweise sieht man ja Karten, äh, weit, wenn als Survivor. Aber mit dem pinken Add-on ist das nicht so, liebe Leute. Okay, die ist weg. Dann nehme ich die Palette hier raus. Ah, Adolf Fang. Erwischt. Ja, wenn man so ein bisschen geübt hat, dann kann man da gut gegensteuern. Hat jemand den Würfel... ...angetatscht? Jemand hat den. Dann gehen wir mal zum Würfel. Ja, hallo. Hat der Bill... Zack. Bill. Das war vielleicht dämlich, du. Ja, du bist nämlich jetzt dead on hook, ne? Du warst ja schon in Phase 2, lieber Bill. Und dann grabelst du meinen Würfel an. Das gibt's ja gar nicht. Das war mir eine Ehre. So, die heilen sich alle da hinten. Ey, Pinhead macht so fun. Und anscheinend wird wenigstens dieser Fehler behoben, dass die Lobbys crashen. Ja, komm, ich bin schon da. Ja, ja, ja. Liebe Kate. Er hat sogar letztens noch disconnected. Okay. Ah, erwischt. Wo läuft sie? Ah, hier. Ah, guck mal hier. Quick and quiet hat sie. Ah, da. Die Kurve war zu steil. Die war viel zu steil, die Kurve. Abbrechen hat jemand schon wieder meinen Würfel. Hallo? Oh, wie ungünstig. Ah, so eine starke Palette Felix. Ah, was bist du denn für einer? So eine starke Palette. Ah, nehm vorbei. Haha, genial. Ja, wow. Kamera. Nice. Nice Shot. Jetzt laufe ich erst mal hinter ihm her. Ja, so ein bisschen stumpf. Ja, behandlungsbar ist schon so ein bisschen anti. Lass mal auf jetzt. Hallo? Ja, jetzt habe ich dich erwischt, Felix. Ich habe mir leider nicht so viel gebracht. Peng! Du bist zwar meine... Ah, da war eine Palette, die habe ich gar nicht gesehen. Besessenheit, aber... Oh, Katie! Erwischt. Neh. Hoffen wir erst mal die Paletten aus dem Spiel. Und den Generator. Ich würde ja sagen kicken, aber... Macht er ja gar nicht. Der Jute Pinhead macht ja alles mit Ketten. Das muss ich dir hier erst mal wiederfinden, die... Ah, ja. Erwischt. 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 Herr Kate, jetzt du mich in der Tat. Und hier einen Geißelhaken haben wir. Und ran mit dir. Und die ist tot. Oh, das muss ich okay. Wow. Hä? War die auch schon in Hakenphase 2? Bang! Da wärst du mal durchgegangen. Und Felix ist verletzt und... Ich kriege immer nur so Scheiß hier. Er hat erwischt. Okay, da ging es jetzt. Da habe ich einen Sprungangriff hingekriegt. So, Felix. Komm mit. Wickel doch nicht so. Und er hat so eine gute Karte gekriegt, ne? So, ran mit dir. Ah, sein erster Hook. Hier ist Fang. Uh. Erwischt. Der Felix wird eh, ähm... Geliehene Zeit haben, denke ich. Weil... Alles andere hätte keinen Sinn gemacht. Mal, die Fang war schlau genug. Felix, du bist es leider nicht. Ja. Da läuft er. Als wenn ich Gedanken lesen könnte. Er ist über mir, ja. Moinsen. Und dann verreiß ich das so. Ey, da hat er gut gemacht. Aber er rennt nur noch. Er rennt nur noch. Ja, sage ich doch, er rennt nur noch. Und da habe ich dich. Oh, mitkommen. Ah, war eine schöne Runde mit Pinhead. Äh... Der macht mir so viel Spaß. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Oh, Palette, ne? Geh mir weg. Zack. Ja, GG, Leute, ne? Drei Gents. Gar nicht mal so schlecht. Gegen den Pinhead. Ja, jetzt gegen der Lunch. Manchmal geht der halt nicht. Ich hoffe, das fixen sie auch bald. Aber vielleicht haben sie es ja auch schon gefixt. Und es kommt mir halt manchmal nur noch so vor. Ein unbarmherziger Killer. Nice. So. So, her mit den Punkten. Nur einen Pip. Warum? Weil die sich geheilt haben. Also, wenn man als Killer Double Pip haben möchte, dann darf man die einfach nichts machen lassen. Wow. Okay, er hier. Das war der Bill. Ansonsten auch. Hier rot alles. Also, meine, er war auch Perkless. Leute, was war das denn? Er hat nur einen Perk. Und er ist einfach ohne. Er ist einfach... Ich mache das ohne Perk. Es ist mir egal. Moin. Leucht bei dem. Nein, ich will... Nein, mach das weg. Wie geht das? Danke. So, wenn euch die Folge gefallen hat, dann... Daumen nach oben da lassen. Abonniert meinen Kanal. Und aktiviert die Glocke. So verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Wer möchte, kann mir auf Twitter folgen. Link wie immer in der Beschreibung. Und dann würde ich sagen, wir hören und sehen uns im nächsten Video. Bis denne. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.